Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeit-Schrattigen da draußen hier zurück zu Total Warhammer 3 mit den Chaoszwergen. Inzwischen dürften sie ja auch für euch raus sein. Wundert euch nicht, dass da oben immer noch Entwicklung läuft steht, ne? Ich nehm das alles vorher auf, damit ich nen Puffer hab, ne? Typisches YouTuber-Verhalten. So, ähm, ich bin am überlegen, ob ich jetzt demnächst mal anfangen solle, hier die Armeen so ein bisschen zu... durchzutauschen, so eine Art Mutate-Manöver durchzuführen. Ähm, dafür hab ich mir überlegt, ob ich, äh, mir extra einen weiteren Kommandanten holen soll, der einfach nur dafür da ist, die Einheiten zu rekrutieren. Und da wäre es natürlich durchaus interessant, wenn der eventuell irgendwie Boni mitbringen würde. Oder zumindest einen Rabatt. Man weiß es nicht irgendwie sowas in der Art und Weise, aber ich glaube, Rabatte, sowas wie 5% weniger zahlen oder sowas, das haben die Chaoszwerge nicht als Rekrutierungs-Perk. Hab ich so die Befürchtung so ein klein wenig. Deswegen guck ich mal, ob ich vielleicht auch irgendwas Wirtschaftliches finden kann. Da hab ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Aber ich glaub, da haben die auch nicht viel. Zumindest hab ich ja nicht viel zur Auswahl. Ne, es ändert sich gar nichts. Und dann werd ich lieber mal einen nehmen, wo ich weiß, dass der vielleicht in der Zukunft bedacht. Okay. Immerhin gibt's hier nochmal einen Helden-Bonus. Äh, was soll's. Also, er geht jetzt hier schon mal rein. Und ich hätte ja ganz, ganz gerne hier irgendwie nochmal einen Bonus auf die Rekrutierung. Aber das kommt bei ihm halt erst ganz spät, glaub ich. Hier kann ich den Unterhalt für die Einheit... Oh, da... Oh, oh! Wir haben's gefunden. Okay, es gibt so ein Kram tatsächlich. Wunderbar. Das heißt also, wir werden uns jetzt hier höllische Eisenjünger rein rekrutieren. Und ich werde es nicht bei denen hier belassen. Ich geh jetzt hier auf mindestens vier. Was ich auch machen möchte, ist auch natürlich Kadai hinein zu rekrutieren. Denn... Unser Drazot, der ist natürlich, was das angeht, auch nicht gerade. Hm, wie soll ich sagen? Also, er hat halt Boni dafür. Punkt. So, äh... Ich will eigentlich auf jeden Fall noch hier hin. Aber das kann ich später machen. Für mich ist eigentlich jetzt noch wichtiger, das jetzt hier noch zu machen. Und das da. So, und jetzt hab ich tatsächlich mal eine ganze Ausrüstung ausgegeben. Und wir sind auf einem verdammt guten Weg. Was das angeht. Jetzt müssen wir halt bloß gucken, dass wir auch genügend Ausrüstung produzieren. Aber das tun wir, ja. Ich mach mir da also relativ wenig Sorgen. So, und sind wir eigentlich auch... Wir könnten eigentlich sogar noch mehrere Stufe auf die Rekrutierung uns holen. Wenn wir noch einen Turn warteten. Aber ganz im Ernst. Ich mein, schaut euch mal die Jungs an. Glaubt, da muss ich so viel nicht tun. Äh... Und dann werden wir den, äh, einfach hochkarren und entsprechend ausstatten mit den Truppen. Und dann übernimmt er so die billigen Welchen. Äh... Hier machen wir immer noch nichts an der Stelle. Und diplomatisch... Auch nicht. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn wir mehrere Armeen haben, können wir auch endlich anfangen, nicht nur unser großes Gebiet zu verteidigen, sondern auch ein bisschen zu expandieren. Im Sinne von, dass wir hier und da ein paar, ähm, Arbeiter einsammeln, ne. Dann gehen wir mal auf Anwerbungstour an der Stelle. So, wir haben wieder einen Konvoi abgeschlossen. Das ist gut. Ja, der war jetzt hier wieder abgeschlossen. Hier können wir auch noch mal ein bisschen mehr Geld machen. Aber wie gesagt, das Geld ist für mich einfach gerade eben nicht das... Das Entscheidende. Es ist nicht entscheidend. Ähm... Geld haben wir eigentlich genug. Also ich würde am allerliebsten eigentlich das jetzt hier machen, ne. Da würden wir auf die höchste Stufe kommen. Äh... Und hier noch mal ein weiteres... Ja, ich möchte die Kadei schon haben. Ich werde das hier wieder niederreißen. Leider kann man nicht umbauen, ne. Das geht leider nicht an der Stelle. Ich kann jetzt hier nicht einfach hergehen und sagen, ich hätte jetzt hier ganz, ganz gerne die Kadei oder sowas gebaut, wie ihr seht. Ist nicht drin. Ähm... Ich muss das also auf die ganz, ganz klassische Art und Weise machen. Jetzt, wo aber der Konvoi da ist. Jetzt kann ich auch zwei Konvois gleichzeitig haben. Tja, wäre es vielleicht sinnvoll, einen weiteren... Komm, wir probieren es nochmal mit so einem Herrschaft der Kadei. Ähm... Hier würde ich jetzt nur Geld bekommen, aber das ist irrelevant. Wir brauchen Arbeitskräfte. Hier würde ich 920 Arbeitskräfte bekommen. Tausend! Ja, dann wissen wir, wo der hingeht. Aber... Ja, jetzt sind es halt bloß noch 800. Ich habe halt leider nicht genug, ne. Das hat sich halt ein bisschen gerecht. Aber was soll's. Also Hauptsache, wir bekommen mehr Arbeitskräfte. Und wir können dann im Notfall halt auch die Arbeitskräfte, wenn wir sie dann irgendwie hier... Ich glaube nicht, dass wir sie ansammeln können. Aber wenn wir sie ansammeln könnten, dass wir merken, hey, jetzt haben wir mal echt viel. Dann können wir halt anfangen in Nebensiedlungen auch nochmal ein bisschen zu ballern. In der Zwischenzeit machen wir hier weiter. Und sorgen dafür, dass die... Ogrechen hier von uns nochmal ein bisschen Besuch bekommen. Da haben wir schon mal weitere 140 Freiwillige. Ich bin überrascht, wie viele wir da einsammeln können. Und als nächstes werden wir Speckos große Halle holen und haben dann nochmal ein bisschen Gold. Also das Ding habe ich auch definitiv da vorzugehalten. Hier gab es jetzt leider keinen Level-Up. Naja, wir werden... Oh, warte mal. Ich stelle gerade eben etwas fest. Das ist ja Quatsch, was ich hier mache. Ich habe ja schon einen. Ich brauche ja nicht noch einen. Ähm, stattdessen... Was? Ah, hier habe ich schon wieder eine Limitierung. Ja, wir haben eine Limitierung. Ich habe verstanden. Wir könnten aber tatsächlich vielleicht noch einen todeskreischen Raketenwerfer mit reinnehmen. Wisst ihr, wir brauchen ja nicht viel. Wir machen das so. Wir machen einen todeskreischen Raketenwerfer. Und ich will den halt auch in der Hauptarmee drin haben. Und dann werden wir nächste Runde anfangen, neue Fernkämpfer zu produzieren. Du, mein Bester. Was machen wir mit dir? Es wäre eigentlich total blöd mit dem Nicht... Hi. Okay. Das kommt jetzt überraschend und ungünstig. Sogar äußerst ungünstig. Was lernen wir daraus? Renne niemals voraus. Ähm, ja. Ich nehme den da. Was könnte jetzt hier noch gut funktionieren gegen die Ogre? Und ihn. Das ist jetzt ein Problem. Aber da müssen wir jetzt halt durch. So, ähm. Welcher Kommandant ist das hier? Der Rangnisp... Rangnipas... Draxschlechter. Rangnipas Draxschlechter. Der bekommt von mir jetzt auch nochmal ein bisschen Regeneration. Ah, das... Nee, ich weiß gar nicht, wo der ist. Und er hier ist ja unser Neuer. Da sorge ich auf jeden Fall schon mal hier für Kauf zu lösen. Dann bekommen wir vielleicht dann doch nochmal ein paar weitere Arbeitskräfte. Gut, natürlich auch wieder Regeneration. Er befindet sich jetzt hier schon bei... Ah, er ist hier bei Sana Grund. Er legt gerade eben los. Na, das macht Sinn. Ähm. Ich baue das weiter aus. Ich will das Gold. Das Gold macht schon Sinn, dass wir das bekommen. Oder was... Oh! Hello there! Ja. Äh, ich hab hier ne Rebellion. Dann muss ich mit dem vielleicht nachher da rüberlaufen und das Problem lösen. Entschuldigung. Ich bin aber irgendwie ne belegte Stimme und ich weiß nicht warum. Ohne Witz, ich weiß nicht warum. Soll ich vielleicht einfach nen Todbringer noch mitnehmen? Ne, der braucht ja auch zwei Turns. Ja, dann, äh, vergessen wir das Ganze einfach mal. Das hier lassen wir auch mal sein. Wie gesagt, ich muss mein Geld ja nicht oben zum Fenster rausschmeißen. Tja, da ist sie, die... Natürlich hat der noch mal einen dabei. Ich fall mal zurück. Oh, er hat nicht weiter angegriffen. Hat er es vielleicht wegen der zweiten Armee, weil die nicht rankamen, nicht gemacht? Egal. Äh, auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal eine Konvoi-Begegnung. Was interessiert das uns? Ermöglicht Verschleiß durch Feuer. Wir haben Feuerresistenz. Einheitenerfahrung, plus 10% für Chaos-Zwergenkrieger. Oh, für den Kastellan-Drillmeister. Oh. Oh. Na gut, da passiert nicht so viel. Ähm, hier gibt's jetzt wieder ne blöde Chaos-Krieger-Epidemie. Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier noch mal ein paar weitere jetzt hier reinkriegen. Also ich will natürlich noch mehr von denen. Ähm, wir haben es drei, dann sind es vier. Ja, lass es mal bei vier sein. Ähm. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Was kosten die uns eigentlich? Die kosten halt auch zwei Turns. Das ist halt doof. Aber wisst ihr was, was ich mache? Ich kann das hier machen. Aber sicher doch. Dann habe ich das Problem eigentlich schon mal gelöst. Und die leveln jetzt hier auch gerade eben fröhlich. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dieser Flagge hier machen soll. Äh, wir nehmen die Arbeiter. Und ansonsten werden wir jetzt hier mal in den Hinterhalt gehen. Das ist ein Reichweite der Stadt. Die Stadt hat zwar jetzt nicht mega viele Truppen. Aber es könnte reichen. Äh, bei ihm mache ich jetzt den unbeugsamen Befehl, ne. Damit er die Hop-Goblins hier so ein bisschen besser in den Griff behält. Äh, was für Truppen hat denn die Stadt? Puh, ganz im Ernst. So schlecht ist die gar nicht aufgestellt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also es ist nicht top, aber es ist auch nicht flop. Äh, wir werden jetzt hier auf die Kadei gehen. Ähm. Äh, ich, ne, ich muss das nicht beschleunigen. Wir haben Zeit. Ähm, wir haben definitiv Zeit. So, dann gucken wir mal. Wir können dich auch direkt wieder plündern. Das ist bis jetzt hier relativ no-brainerig. Wir rauben den Laden aus. Und wir setzen ihn. Da mache ich jetzt erstmal wieder mit Razzik raus, ne. Okay. Also. Belohnung des Turms von, äh, sah einen, äh, der Lehrmeister. Wir haben wieder eine Unterstützung erhalten. Und hier haben wir jetzt schon das Gold. Das ist schön. Okay, wir fangen jetzt mal an, die Chaos-Zwerge bei ihm zu leveln. Das finde ich wichtig. Ich meine, er hat schon Boni für die Chaos-Zwerge. Und er ist auch ansonsten schon ein ziemlich guter Fighter, ne. Also. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer eher so ein bisschen Trouble mit der Armee. Und weniger mit ihm selbst. Weswegen ich das, das jetzt ein bisschen von mir angepasst werden soll. Ähm. Gott, ist der Weg weit. Also, ich will auf jeden Fall diese eine Mission hier, ich weiß gar nicht, da hinten, erst machen, wenn ich die Armee ausgetauscht habe. Deswegen mache ich das jetzt hier auch gerade nicht. Aber wisst ihr, was der Gag ist? Jetzt kann ich ja doch kurz mal hier stehen bleiben. Und. Truppen rekrutieren. Ah, ich sehe. Dass ich nur zwei rekrutieren kann. Das ist ärgerlich. Aber keine Katastrophe. Okay, wir verbauen das hier noch aus. Das kostet halt alles auch nur Geld. Ähm. In Anbetracht der Ausgangslage möchte ich jetzt hier auch mal ein bisschen Kontrolle reinmachen, ne. Also einfach mal so für den Anfang. Hier gibt es jetzt auch eine Rebellion. Eine äußerst skavische. Clan Rictus ist wieder da. Könnte hart werden. Das hier zu verteidigen. Im schlimmsten Falle sind Clan Rictus wieder da. Ja, die Wächter. Jetzt gucken wir mal, ne. Wir haben jetzt halt einmal eine Verteidigungsschlacht. Ey, ich würde es ernsthaft probieren. So, dann schauen wir mal. Also sie kommen natürlich wie immer von allen Seiten. Aber das bedeutet für uns eigentlich nur, dass wir eine gute Verteidigungsposition finden müssen. Ähm. Das doofe in der ganzen Sache ist. Dass es keine geilen Verteidigungspositionen gibt. Nein, Spaß. Also es gibt schon welche. Die Frage ist bloß, wo stellen wir uns hin? Und ich glaube, hier ist an und für sich ein ziemlich guter Ort. Ähm. Wir müssen uns halt entscheiden, ne. Also wir können jetzt halt leider nicht alles haben. Aber ich würde behaupten. Ähm. Oh, wir zahlen denn. Was ist denn das? Die kosten weniger? Durchstoßturm? Warum sollte ich dann den 400er Turm bauen? Ich habe Fragen. Ähm. Wir machen das so. Ich werde ihnen jetzt hier erstmal auflauern. Und, äh. Dahinter die Schützen stellen. So. Weil irgendwo müssen wir stehen. Und es ihnen einheizen. Wir, äh. Die haben halt leider keinen Ansturm reflektieren. Das ist halt das große Problem mit denen. Hier könnte man auch noch Truppen im Notfall aufstellen. Wir dürfen halt nur einen Punkt nicht verlieren. Und ich möchte das hier haben. Ähm. Äh. Nein, ich wollte nicht alle. Ich wollte einen. Danke. So. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Und du gehst da hin. Hier könnte man noch etwas hin machen. Vielleicht mache ich das auch noch. Wir haben nochmal ein paar Goblins. Ähm. Ich bin der Meinung, die Goblins sollen so ein bisschen die Masse auffangen. Ja, ich stelle die Goblins vor die Chaos-Zwerge, damit sie die Ogre auffangen. Ihr habt mich richtig verstanden. Das ist auch artgerechte Haltung für Goblins und auch für Ogre. Beide Seiten kennen sich. So. Äh. Wir haben, glaube ich, alles jetzt hier aufgestellt. Ne, einen haben wir hier noch. Ja, dann werde ich einen Chaos-Zwerg noch hier hinstellen. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier... Also, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht, dass wir es gewinnen können. Aber lasst uns mal schauen, wie weit wir kommen. Ich hoffe ja, dass die hier über sie drüber schießen können. Und dass ich hier die Türme noch ein bisschen weiter ausbauen kann. Beziehungsweise hier vielleicht noch das da. Dann gibt es mehr Engstellen. Ihr kennt das Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass sie eventuell die Türme verändert haben. Ich muss mal gucken. Das habe ich doch gar nicht gemacht. In dieser Version, ob das jetzt für alle Türme gilt. Weil ich empfand die Stufe 2 der Türme sehr lächerlich schwach. Beziehungsweise die Stufe 1. Es hat sich aus meiner Sicht eigentlich nie gelohnt, das zu benutzen. Die Türme waren aus meiner Sicht einfach lächerlich. So, was haben wir da noch? Geschwindigkeit und Nahkampfangriff reduzieren. Chance auf Geschossabwehr. Gleichweite. Ja, ich mache hier einfach zu. Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob das gerade eben hier so läuft. Ich mir das wünsche ich. Ich gehe mal näher ran mit Ihnen. So, könnt ihr jetzt schießen? Ja, jetzt können Sie schießen. Nein, Sie können nicht schießen. Ach du Scheiße. Ich stelle euch mal da auf und dann können wir ballern. Das ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich dachte, Sie können drüber schießen, aber Sie können es nicht. Ach, ich sehe gerade eben, der ist der Kommandant, der kann das auch runterschmeißen. Ja, das ist ja drollig. Äh, Nahkampfangriff reduzieren hier für den Feind. Und wir sehen, na, hier haben die Oger jetzt schon so langsam aber sicher ihre Motivation verloren. Dann ahne ich jetzt schon, dass ich da gar keinen mehr brauche. Dann kann ich hier drüber gehen. Und dasselbe gilt dann auch für dich. Der Witz ist, dass die Goblins das hier sogar durchgestanden haben. Du gehst auch da rüber. Der Hügel ist halt so ein bisschen seltsam hier gewesen, ne? Also ihr bleibt nochmal hier für den Notfall, beziehungsweise, ne, ich tausche euch aus. Ich brauche ihn mit seiner Fähigkeit nochmal woanders, weil wir wissen ja jetzt, dass die jetzt von der anderen Seite kommen. Wir haben, wir durften nicht verlieren, solange wir auch nur einen einzigen Punkt haben. Das sehe ich deswegen jetzt hier gerade ehemals relativ entspannt an. Für 650 kann ich den Turm dann hier zu einem Sprengturm umwandeln. Das werde ich tun, aber sowas haben. Noch machen wir ja einiges in Punkten. Und go. Da kommen die Goblins schon wieder. Du stellst sie jetzt da noch hin. Die stehen hier nur. Ach, der Hammer, den habe ich immer. Ich habe mich schon gefragt, warum kommt ein Hammer, wenn ich da die Zwerge, äh, die, 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 die Einheit anwähle. Das habe ich nicht so ganz verstanden im ersten Moment. Wisst ihr, was smart gewesen wäre, wenn ich da das Schützenteil hingemacht hätte? Ich glaube, ich reiße das ja nochmal schnell ab. Ich glaube, das Schützenteil ist da sinnvoller. Die fliehen, aber das haben wir ja erwartet. So, der Turm hier, der ist jetzt ready. Und trifft natürlich wie immer nichts. So kennen wir sie. Nichts treffend. Also, ich gucke mal, ob ich jetzt hier so eine Barrikade hinbekomme. Ich warte hier, bis ich noch mehr habe. Das musste ich rechnen hier, Leute. Ja, der Nex rechnet sich's. Ihr steht da vorne, das solltet ihr nicht. Ja, du könntest auch hierher kommen zum Schießen. So, du hältst es da drauf. Und du so. Warum rennt ihr da jetzt rein, ihr Hongs? Okay. Unsere Stellung wird überrannt. Halten wir das mal fest. Hier kommt nichts. Und die sind jetzt hier gleich eingesperrt. Das ist überhaupt gar keine gute Ausgangslage. Ne, ich brauche die Schützen hier hinten. Das ist gar nicht gut. Hier wird auch nichts mehr kommen. Ich kann die Goblins auch noch hierher holen. Du fällst ja auch noch zurück. Boah, die sind ja halt einfach reingerannt. LOL. Sie haben's eingenommen. Sie haben's einfach mit ihrer Masse gewonnen. Okay. Sie sind einfach durchgelaufen. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, was jetzt hier gerade eben passiert ist. Dann haben wir jetzt Probleme bei den Wächtern. Allerdings, ich find's eigentlich witzig, dass sie ihren Namen überhaupt nicht gerecht werden können. Siedlung ausgeraubt, aber das ist uns auch ziemlich egal. Hier rekrutiert ihr noch. Und hier erhöhen wir die Kapazität nochmal um einen. Tatsächlich brauche ich von denen ja auch nicht unendlich viele. Einen haben wir schon. Das heißt, dann wären das hier acht. Schluss sind eins und neun. Vier weitere sind 13. Also vier Kartei sind wir bei 13 Einheiten. Aber dann brauche ich trotzdem noch irgendwas. Mit der Artillerie sind wir bei 14. Mit dem Kunde, 15. Ich brauche noch fünf Einheiten, wo ich mir noch überlegen muss, wo ich die hernehmen soll. Die miesen, miesen Ogre. Ey, ich sag's euch. Die miesen, miesen Ogre. Die Wächter waren halt auch, glaube ich, nicht besonders hochentwickelt. Nee, ich brauche das immer noch nicht beschleunigen. Ich sehe noch nicht, warum ich das tun sollte. Ey, ich kann ja direkt bei der Wanderspitze jetzt hier noch durchrollen. Wieder 50. Oder mal 329. Okay, er ist jetzt unerschrocken. Nice. Opala-Amulette haben wir auch bekommen. Und das Ding hier kriegen wir jetzt in dieser Runde leider nicht mehr. Das könnte ein Problem werden. Hoffen wir mal, dass es keins wird. Äh, hier können wir jetzt auf Nahkampfangriff gehen. Ja, komm. Was soll's. Ich gebe ihm jetzt noch Nahkampfangriff. Ich meine, warum nicht? Hm. Das hier lasse ich alles momentan. Ich habe nicht vor, auch nur ein Goldstück da hinein zu versenken. Was ich jetzt aber tue, ist das hier. Ich ziehe das jetzt dann doch vor. Wir brauchen Geld. Ganz klar, wir brauchen Geld. Ich glaube, dass hier beim Schrottturm nichts kommen wird. Das Problem haben wir, glaube ich, ein für alle Mal gelöst. Deswegen kann ich das Ding jetzt hier auflösen und stattdessen da nochmal etwas für Geld reinmachen. Er bleibt hier immer noch stehen und wartet darauf, dass der hier blöd genug ist, in hier rüber zu kommen. Ich lasse das hier gerade eben noch. So, und wir können einen weiteren Konvoi starten. Das Doofe ist jetzt bloß. Wir haben hier doch keine Materialien. Aber ich könnte Geldverkauf, also Geld wegschicken. Und mal gucken, was bekomme ich für Geld. Hier bekomme ich für Geld ein paar Arbeiter. Ja. Das ist der beste Plan, den ich hier gerade eben habe. Hm. Ansonsten, hier machen wir nichts. Was sagt die Diplomatie? Die sagt, wie immer, relativ wenig. Ist ja nichts Neues. Warte mal, es leuchtet hier hier. Warum leuchtet jetzt hier irgendwas? Hier. Ah. Ich habe neue Möglichkeiten. Ja, das zeigt mir das Spiel jetzt hier gerade eben. Wir haben jetzt übrigens die Möglichkeit, füllt Munition aufzumachen. Das ist natürlich krass. Extra Pulver für extra Schaden. Aber ihr seht, das funktioniert nur, wenn man mehr als 80% Munition hat, also für die ersten Schüsse. Magische Angriffe ermöglichen. Das haben die nicht von Haus aus, oder? Nee, die haben keine magischen Schüsse von Haus aus. Die haben tatsächlich nur Feuerschaden. Das macht es aber wiederum interessant dann eventuell. Naja, halt gegen physische Resistenz. Okay. Zwei Stück davon sind jetzt da. Was haben wir denn noch, was wir nicht rekrutieren können? Momentan nicht so viel. Also, wir machen jetzt hier auf jeden Fall Kohle rein. Dann möchte ich jetzt eindeutig dann doch das hier beschleunigen. Und jetzt brauche ich Werkzeuge. Welche Siedlung wird belagert? Moment, eine Siedlung wird belagert. Ach, ja, 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 die Skavnen. Ach, ja, 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 die Skavnen. Wir gewinnen das. Nochmal ein paar. Ich bin jetzt gerade eben ein bisschen positiv überrascht, dass das geklappt hat, ne? Sagen wir das mal so. Ja. Kann man mal machen. Der rekrutiert hier immer noch einen. Es sind halt immer noch erst drei. Dann haben wir da oben vier. Will ich vier oder will ich fünf? Ich bin halt am Überlegen. Wie ich damit umgehen soll. Brauchen wir die mit den Zweihandwaffen, wenn wir die Jungs haben? Ich gucke mal gerade. Also, die haben eine Waffenstärke von 32,10. Die sind halt eindeutig auf Tanken ausgelegt. Haben aber eine krasse Geschossstärke. Haben auch noch Raserei, sind also bei 57. Ansturm erwidern, Ansturm abwehren, Experte. Die sind halt absoluten... Die sind nicht nur ein Bollwerk. Die sind... Die sind Spikes, gegen die man rennt. Ich habe nochmal einen Banner bekommen. Nice. So, jetzt haben wir die Elfenbeinstraße gesichert. Mache ich irgendwas mit Kontrolle rein. Und reparieren darf sich der Laden selbst. Ihr regeneriert jetzt hier erstmal ganz, ganz kurz. Und dann muss ich gucken, ob ich hier die Wanderspitze hier noch schaffen kann. Wir leveln unsere Chaos-Zweigenkrieger. Die bekommen halt noch mehr Nahkampfangriff und Rüstung. Das ist schon krass. So, wir haben jetzt hier auch mehr Lebenspunkte und noch mehr Waffenstärke für unsere Charaktere insgesamt. Insgesamt maximale Items. Ne, brauchen wir nicht. Smog-Wolke. Chance auf Hinterhalten. Schlachtverstärkungszeit brauche ich auch nicht. Das hier will ich auf gar keinen Fall. Das würde mich jetzt Geldpunkte kosten. Datingenskirchenspunkte. Wirtschaft. Hafen. Heißere Schmelz. Oh, Ausrüstungsproduktion. Um 10% erhöhen. Bin ich dabei. Wir sparen jetzt übrigens jetzt natürlich auf diese Sachen da oben. Das ist klar. Ansonsten müssen wir noch jetzt einen Turn jetzt hier warten. Und ich muss an dieser Stelle die Folge beenden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss. 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 Tschüss.